Markus, ich habe mal wieder eine Frage zu Word. Ich habe mit dem Text eine Tabelle und die Tabelle wird immer breiter und jetzt würde ich sie gerne ins Querformat stellen. Hast du eine Idee, wie ich das möglichst schnell und einfach umsetzen kann? Aber klar, Kai, es gibt einen einfachen Trick. Ich zeige dir mal kurz, wie es geht. Ich habe hier in diesem Dokument eine Tabelle und das ist so etwas Ähnliches wie bei dir. Die wird immer mehr, der soll noch zusätzliche Spalten und so weiter. Word kann in einem Dokument hoch und Querformat, in dem man Abschnittswechsel einfügt. Jeder, der schon mal mit Abschnittswechsel gekämpft hat, weiß, da gibt es so seine Typen. Deswegen einen ganz einfachen Trick. Ich markiere alles das, was auf Querformat erscheinen soll, sprich die Tabellenüberschrift und die Tabelle. Dann gehe ich auf die Registerkarte Layout und klicke hier bei Seite einrichten auf den kleinen Pfeil. Jetzt öffnet sich ein Dialogfeld und in dem klicke ich bei Ausrichtung auf Querformat. Wichtig, ich möchte ja nur die Tabelle im Querformat haben. Also muss ich da unten bei Übernehmen für nicht sagen für das ganze Dokument, sondern ich klappe auf und sage Markierter Text. Und wenn ich jetzt mit OK bestätige, dann ist genau nur diese Tabelle im Querformat, was man sieht, wenn ich das Ganze ein bisschen verkleinere. Dann sind die restlichen Texte im Hochformat, die restlichen Seiten und nur diese Tabelle ist im Querformat. Das war einfach Markus. Vielen Dank. Werde ich nachher gleich ausprobieren. Geräusche Men